Und nächste Runde Level 4er Deutscher Panzer, der Lux. Ja, habe ich gedacht, stehe ich eigentlich ganz gut da und dann werde ich in solche Teams gemischt. Ich bin jetzt mit meinem Level 4er ganz unten auf unserer Liste und spiele gegen Level 8er Panzer. Das macht immer besonders viel Spaß, vor allem da ich noch nicht so motorisiert bin, dass ich zum Scouten geeignet wäre. Das heißt, ich werde gleich irgendwo einen gegnerischen Level 8er Panzer sehen und der wird einmal schießen und ich bin weg. Ja, und sehr viel kann ich auch nicht deswegen tun. Dann schauen wir mal, was wir machen. Ihn da habe ich auch noch nicht gesehen. Ein AMK 12T, der sieht ja echt interessant aus. Ja, zumindest ein großes Geschütz. Ein riesen Teil. Ich wette, das Ding ist richtig schnell. Aber er nutzt das halt nicht, weil er einfach da in der Base stehen bleibt. Ist das sehr oft der Fall, dass viele einfach nur in der Base campen. In der eigenen. Die Gegner haben zumindest einen vernünftigen Scout. Der scheint doch richtig schnell zu sein. Wo bin ich jetzt gegen gefahren? Oh Gott. Diese Ecke da. Ich muss jetzt aufpassen, hier bin ich wahrscheinlich in der Schussbahn. Muss ich mal schauen, wo ich mich da hin platziere. MD ist auf jeden Fall Level 8 der Panzer. Und der wird mich, wenn er mich sieht, einfach vorm Feld putzen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja. Und wie vermutet mache ich da keinen Schaden. Hört sich ja böse an. Ihnen mache ich auch keinen Schaden. Kann ich nicht viel helfen. Und der rotzt mich da runter. Muss ich darauf hoffen, dass die Kollegen den schnellstmöglich wegputzen. Ich versuche ein bisschen mit drauf zu schießen. Okay, der ist weg. Der auch. Schön. Ich bin bisher auch noch nicht gefallen. Das wundert mich so ein bisschen. Nein, der ist nicht in Schussbahn. Gut. Ich fahre jetzt einfach mal mit meinen großen Kollegen hier mit. Genau, das ist ein Level 8er und der andere. Ja, das ist ein beides Level 8er. Der Dämon-Shooter ist sogar der Erste in unserer Liste. Ich meine, wenn es mich dann kurz vor der Flagge oder so erwischt, ist es nicht so schlimm. Solange die zwei noch ein paar Kills rausholen können. Ich muss jetzt mal schauen. Hier wird es langsam gefährlich. Ja, mein Kollege ist auch schon angeschossen worden. Okay, aus der Richtung. Und aus der Richtung. Da muss ich jetzt... Ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt tot. Da kann ich ja nichts gegen tun. Zumindest habe ich die zwei da noch gescoutet für meine Kollegen. Die, die jetzt einfach weg... Oder? Na? Die jetzt hoffentlich einfach wegrotzen. Na, das war erst einmal er hier. Ja, der macht richtig viel Schaden. Und er hier. Er ist mit dem KV4 unterwegs. Das wird auch in meiner Forschungsbahn liegen. Das ist schon mal gut. Mal zu sehen, wie so die nächsten Panzer aussehen könnten. Oh, der hat 100%, aber der macht noch keinen Schaden. Könnte aber auch einfach... Wow. One-Shot. Okay. Müssen sich die Jungs jetzt hier gar nicht so viel Sorgen machen, weil die drei Panzer, die da noch stehen... Der eine ist bei uns an der Flagge. Er tanzt gerade ein bisschen mit dem Karnator. Allerdings hat er das Geschütz getroffen, was nicht so gut für unseren Karnator ist. Aber er kriegt auf jeden Fall Hilfe. Acht Prozent, die sollte er noch wegschießen da. Okay. Ist aus anderer Richtung da gekommen, die Hilfe. Ah, und trotzdem hat es ihn noch erwischt. Und trotzdem hat es ihn noch erwischt. Es sieht aber nicht so aus, als wären die bei sich in der Nähe. Also von der Flagge. Dann könnten theoretisch unsere Jungs, wo einer schon da steht, einfach die Flagge einnehmen. Einer ist tatsächlich noch am Leben. Er wird aber noch jetzt nicht von der Flagge wegfahren. Ich habe jetzt wirklich schon lange keinen Gegner mehr gesehen. Ich wüsste auch nicht, dass ich irgendwo einen gesehen habe, wo noch keiner erschossen wurde. Ah, der ist bei uns an der Flagge. Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich noch drauf fahren will. Nein, der kämmt im Moment da im Wald. Das ist jetzt ein bisschen mutig. Was? Ach so, das Spiel ist zu Ende. Okay, super. Was? Was?